Was bedeutet eigentlich RORO? RORO ist eine englische Abkürzung und steht für Roll On, Roll Off, zu Deutsch hinaufrollen, hinunterrollen. RORO bezeichnet somit eine Art und Weise der Beladung von Schiffen. Die Ladung wird im Gegensatz zum LOLO, dem Load On, Load Off Verfahren, an Bord gefahren, nicht mit einem Kran an Bord gerufen. Häufig handelt es sich bei der Ladung um Fahrzeuge wie Pkw, Lkw oder auch Züge, die selbst an Bord fahren können oder sogenannte unbegleitete Ladungen, also Trailer, standardisierte Ladeeinheiten wie Wechselbrücken oder Spezialladung, die auf gesonderten Plattformen transportiert wird. Unbegleiteten Trailer und die Spezialladung wird dabei von sogenannten Tuckmastern an Bord gefahren und dort abgestellt. RORO-Schiffe haben daher befahrbare Decks, auf die die Ladung rollen kann. Häufig sind diese Decks in der Höhe variabel, um eine optimale Auslastung des Laderaums zu ermöglichen. Zum Be- und Entladen besitzen RORO-Schiffe mindestens eine Luke an Heck, Bug oder an der Seite des Schiffes, durch die die Ladung über Rampen an Bord gebracht werden kann. Die Rampen sind entweder direkt an Bord verbaut oder legen sich von der Kai auf das Schiff.